Das Hotel Carmel by The Sea liegt in Santa Monica in Kalifornien. Die meisten Gäste des Hotel Carmel by The Sea würden das Hotel weiterempfehlen. Die Weiterempfehlungsrate liegt bei 67%. 36 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,3 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat laut den Gästen die beste Lage. Sie vergeben für den ausgezeichneten Standort und den damit verbundenen Erholungsfaktor 5,8 von 6 Sonnen. Service 4,8 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Zimmer Insgesamt zeigen sich die Gäste zufrieden mit den Zimmern des Hotels. 4 von 6 Sonnen werden hier vergeben. Hotel allgemein. Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 3,8 von 6 Sonnen bedanken. Astronomie. Es sind zwar keine Sterneköche am Werk, aber für eine solide Wertung von 3,3 von 6 Sonnen hat es gereicht. Sport und Unterhaltungsprogramme. Das ausbaufähige Unterhaltungs- und Sportprogramm des Hotels bewerten die Gäste mit 1 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.